wie so eine kleine wurst ein doch ans herz wachsen kann ja du auch ja ja nicht nur du auch du du sowieso das gut wirst du bist da ja ich weiß ich suche den unter das meine flasche stets ich suche den hund da drin komm schon komm Ja, ja, ja. Er bewegt sich. Ja, ja. Er ist schwer verletzt. Keine Sorge, ich transportiere den Kleinen. Sicher? Wir reden hier nicht von Kisten. Ziemlich sicher. 60, 40. Dann ernst? Okay. Auf jeden Fall konnte er wieder knurren. Schon mal gut. Ach, du Scheiße. Alter, aber die Szene, ne? Die hätte mich fast gehabt. Boah. Boah, sowas geht gar nicht, ne? Ich bin mal gespannt, wenn Sapien vielleicht die Szene sieht. Auf jeden Fall später, nächstes Jahr. Wie sie da reagiert. Dieses Viech. Ja, 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 ja. Und, hör mal auf jetzt. Aus. Not. Nein, warte Richtung. Lass mich durch. Niemals. Das war in Ruhe. Nein. Lock, 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 lock. Lock, lock, lock. Ja, 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 ja. Gib mir Mühe. Du hast mich gar nicht. Oh, hopp. Und, jetzt nicht. Verrauf, jetzt. Soll ich hier in den Pool? Nein. Dachte nicht. Okay. Die helfen. Mehr oder weniger. Theoretisch. Weil sie Viecher abhalten. Da was? Scherst. Ich bin auf dem Weg. Ja, ich find's auch schön, mich zu sehen, was? Das hat Lärm Kuckli geschickt. Pika. Ich muss hier raus. Geh weiter, Riet und Bunker. Ich hab einen Plan. Das ist ein guter Plan. 60, 40. Und da. Wohing. 60, zu meinen Grünsten? Fest. Verdammt. Oh, mein Gott. Ja, gib mir Mühe. Seid ruhig. Ich renne ja schon nur noch durch. Sei ruhig. Kümmert euch lieber da um die anderen Viecher. Leck um Jürg, Beto Granite. Lass mich hier im Ruhr. Au. Scheiße. Der Devorator steht mir im Weg. Dann musst du drumherum. Ja, ich bin noch dabei. Versuch's. Ich bin noch dabei. Lauf zu holen. Darf ich mal hier durch? Dankeschön. Danke, 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 danke. Danke, danke, danke. Ich darf hier gar nicht rein, ne? Das ist hier doch. Das sind wir hier. Können wir das nicht öffnen? Alter, beruhigt euch. Ich bin auch eigentlich, na, nicht auf eure Seite, aber... Beruhigt dich. Ich kann mich nicht mal heulen, heulen, ja. Ich möchte gerne heulen. Jetzt kann ich mich heulen. Jetzt ist ein Panzerpreis-Tag rüber und du bist... So. Die Muni gesammelt. Und jetzt ruhig, wo muss ich hin? Ich glaube, das läuft hier auf den Kampf hinaus, ne? Das ist sicher aber auch nicht mal selber heilt, ne? So. Was jetzt? Jetzt in die Muni. Und das hier kann ich nicht öffnen, das sieht so aus. Scheißt, wir haben die Bankeltee verschlossen. Kannst du sie öffnen? Verdammt. Ich kann es versuchen. Aber das dauert. Und ich spüre, dass noch mehr Kuppi kommen. Genau, was ich jetzt brauche. So, wo ist denn... Sie dürfen das Portal nicht erreichen, Dani, wenn sie durchkommen. Ist die ADA erledigt, ich weiß. Du hast hier nicht zufällig noch ein paar Waffen rumliegen, oder? Ja, guck mal. Jetzt. Sieh dich um. Vielleicht haben die Soldaten etwas zurückgelassen. Ja, hier, das hier. Sag ich doch. Ja. Jawohl. Ach, jetzt wird's Interesse. Mhm. Zeig, was du kannst, Scherlobock. Kackviech. Ja, dann kommt mal her. Scheiß auf dir. Hopp. Alter. Fisch. Hopp. Ja. Ich lass mich hier doch mal rüber. Was? Du bist ja nicht so, oder? Hopp. Und so, Kubi-Klein. Was? Scheiße. Komm her vor den Dinger. Boah, ich kann mich so weit nicht drehen. Leck mich drehen. Leck und wie auf Fettograndus. Hier. das Ding steht in Flammen komm mal weg jetzt hör mal auf zu brennen kurz, bitte das Kackviech sieht mich achso, ne, die, die, hier, der hier das von hier, super macho mei aber jetzt die Hölle los geht es bei dir voran jede Menge zu tun und alles gleichzeitig ich verliere Energie ok ich mach ein bisschen auf um mich hier raus zu holen kackviech 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 ja los, komm her ja, ja, komm her ist nicht die Richtung gegangen, was ich gehaft habe hab gekackt kackviech 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 ich habe keine Mundi mehr, aber ja, klar, reizen doch noch Stopp! Komm bestimmt noch nie, ja, ja, dann komm mal bitte. Viengad, es kommen immer mehr! Komm schon, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Achso, das nur weil der Debüt ist. Okay, ich dachte, da ist jetzt was nachgekommen. Dann nimm doch die Waffe. Wie sagt man? Bring mich verdammt nochmal hier raus, auf Russisch! Gute Schiemen, ja, nach wie einer Zuge. Jetzt mach die verdammte Tür auf! Ich sag Bescheid, wenn ich das geschafft habe. Schön, wie beruhigend. Auf, auf, auf! Auf, auf, auf! Auf, auf, auf! Auf, auf, auf! 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 Alles für den Club! Mein Leben für den Hund! Und! Komm schon! Absolut! Ich weiß die・・ Abwechung! Abwechung! In das Ticket! Jetzt aus! Abwechung! Abwechung! Hau doch mal ab in das Viech. Nachladen, heilen, alles gleichzeitig. Danni, die Bochentür ist offen. Dankeschön. Du kannst es nicht töten, Dali. Komm her, ich muss das Tor schließen. Gut. Ich hoffe, du hast das Bier kaltgestellt. Gut. Ist ja ganz cool. Jawohl. Scheiß, siehst du. Ich bin raus, Leute. Ciao. Lass mal in Ruhe. Nein, quatschen. Lass mich in Ruhe! Ich muss das Tor schließen, Dali. Schnell! Ja, 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 ja. Man muss ja auch schnell... Hier muss ich da landen, oder? Ich hab das. Knauze. Oh, scheiße. Scheiße! Okay, das wird nochmal spannend. Komm, 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 komm. Komm, komm. Was geschafft. Okay. Schau, wir schaffen. Schnauze kapriechen. Noll. Abkommen. Oh Gott, schnell durch ihn. Alter. Wie geil. Sprüßen. Unser Hund. Wo ist mein Bier? No, schließen. Also hast du Juan's C4 gestohlen. Da. Ist für die Quinceañera. Mhm. Das wird ja eine höllische Party. Glaubst du, das verschließt das Portal? Schätze, ja. Ich bleibe hier, um sicher zu gehen. Für diesen Drechsler? Und was ist mit den Servaisers? Tja, man kriegt im Leben nicht immer, was man will. Ähm. Ist das nicht gut? Resslich. Gar nicht. Zum Zünder. Da drüben. Schnell. Aber, was ist mit dir? Aber wir sind dort auch noch mit drin gewesen. Hauptsache, unserem Hund geht's gut. Was hat das denn? Oh. Sie hat uns da rausgebracht. Kornio. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Servaisa. Bier ist kaltgestellt. Gib ne Party. Ja, schon wieder. Du bist unverletzt. Sie ist gut aus, Kumpel. Das ist die Hauptsache. Holelie, Junge. Kommt da noch was nach? Ist das jetzt wirklich ein Happy End? Oder wachen wir da gleich wieder auf? Habe ich es nicht gesagt? Was ist los? Scheiß, Kabel. Echt jetzt? Echt jetzt? Ich brauche Verstärkung. Hörst du Wodka? Bei so weiter würde ich aber auch erst mal ihn picheln. Glaub ich. Alter. Alter. Drei Wochen später. Ich habe doch gesagt, das ist hier noch nicht beendet, ne? Das ist einfach noch nicht beendet. So ein feines. Oh nein. Bitte lass ihn drauftreten. Hund. Du bist eklig. Aber da ist doch denn das Fisch in ihnen drin. Okay, das wird nochmal richtig spannend, ne? Das wird nochmal Wie geil. Das wird nochmal ordentlich was geben, glaube ich. Daran werden wir uns später wahrscheinlich nochmal erinnern. Wie geil. Rang 5. Immer noch. Schön. Abgelassen. Huh. Ja. Das war doch mal ein Erlebnis. Wie geil, ne? Einfach nur, wie geil das Spiel, ey. Alter. Gefällt mir. Gefällt mir sehr gut. Oh Gott, wo sind wir denn gelandet? Chorizo, wo bist du? Mein guter. Wo ist mein Hund? Krass da aus. Wo ist mein Hund? Ähm, Amigos. Rufen. Komm her. Wo bist du, kleines, ungezieferfressendes Ding? Du bist hier nicht im Dorf, ne? Hey, ich hab dich doch gehört. Wo bist du? Und? Na gut, okay. Dann guck ich gleich mal nach, äh, Waffen und so. Also, mach ich aber, glaube ich, nicht hier im Stream. Okay, Waffen kann ich hier nicht ziehen. Ich kann auch nicht nachgucken. Okay, dann, ähm, machen wir uns mal so ganz grob auf den Weg. Haben wir hier irgendwie ein Schnellbooter? Ja, hier, guck mal, guck mal. Ich will erst mal rüber. Neue Fotos. Da gucken wir mal. Ja, nee, nein. Da fühle ich mich noch nicht so. Ja, alles da. Gut, super. Das wollte ich gucken. Und jetzt Chorizo. Wo bist du? Wo ist er denn? Manu. Du streamst ja noch. Hab's gerade gelesen. Ja. Ich will jetzt gerade aufhören. Also, das war, alter, dieses Spiel, ne? Es war gerade eine so geile, ähm, Spielphase. Alter. So ein bisschen Stranger Things mäßig. Mega. Auch so mit der Musik und, ähm, ja. So auch die Schrift. Auch Menu. Ja. Kannst du nächstes Jahr auf YouTube sehen. Oder jetzt gleich, äh, wenn du den Stream nachholst. Der ist ja zwei Wochen da. Wir mussten, alter, da dachte ich mir auch gerade, mir standen gerade die Tränen in den Auge. Aber gut, okay. Das machen wir gleich. Ähm, ich verabschiede mich hier schon mal für YouTube, ne? Ich, äh, stream dann gleich noch ein paar Minuten weiter. Dann kann ich dir, äh, das erzählen. Gut, also für YouTube schon mal vielen Dank fürs Dabeisein. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.